Hallöchen und IK und Happy Halloween! Luise Heinzel hier, schön, dass du heute eingeschaltet hast zu einem Flip-Through durch dieses kleine Halloween-Journal, das ich gestaltet habe mit dem neuesten Ideology Halloween-Release von Tim Holz. Ich möchte dir heute jede Seite und auch insbesondere das Cover im Detail zeigen. Dieses Journal hat zwei Dinge von Ideology als Grundlage, sprich eine Grundlage für die Seiten und eine Grundlage für das Cover. Ich zeige dir das kurz auf meinem Handy im Rot-Zustand. Ich habe leider das hier nicht mehr als physisches Ding vor mir, also ich habe kein zweites Päckchen hier mehr davon, sodass ich dir das leider gerade nicht in echt zeigen kann, aber ich denke, das kann man sich hier ganz gut vorstellen. Die Seiten bestehen aus den sogenannten Folio-Folders. Hier oben siehst du den Namen davon. Und so sieht das Ganze aus. Das ist gemacht aus Mixed Media Heavy Stock, einem Papier, das sehr viel flüssige Medien vertragen kann. Und das sind so kleine Folder. Jedes einzelne von diesen Dingern kann man so aufklappen. Also das ist dann so eine Doppelseite sozusagen, also zwei Doppelseiten, wenn man außen und innen rechnet. Und das hat so kleine Tabs, jeweils eine links in der Mitte und rechts an zwei verschiedenen Größen. Also sechs Stück sind insgesamt in diesem Päckchen drin. Und das habe ich hier verwendet, um die Seiten zu gestalten. Und wenn du dir das hier so von der Seite anguckst, dann erschließt sich auf den ersten Blick, warum ich dir das gerade auf meinem Handy gezeigt habe. Denn hier stehen nicht nur die Tabs raus, sondern auch noch einiges anderes gewurschtelt, sodass man sich das gar nicht vorstellen kann, wenn man das vorher noch nie gesehen hat. Aber hier siehst du schon diese Tabs von diesen Teilen. Die gucken da überall so raus und die sind natürlich jetzt dekoriert, sodass man sich das dann vielleicht ein bisschen schwierig vorstellen kann. Ich hoffe, du verstehst, was ich hier gerade zu sagen versuche. Das Cover habe ich gemacht aus einem Mini-Clipboard. Das erkennt man wahrscheinlich schon eher, wenn man das Mini-Clipboard kennt. Und zwar an diesem Ding hier oben, an dieser Klemme. Allerdings wirst du dich vielleicht wundern, wenn du das hier so mit meiner Hand, so von der Größe her vergleichst, dass das so kurz ist. Das liegt ganz einfach daran, dass ich das Mini-Clipboard in der Hälfte durchgeschnitten habe. Ich zeige dir das auch hier kurz. Normalerweise schaut das so aus. Uh, wenn man sich nicht vertippt, dann... Mein Gott, nochmal. Was geht ab, ey? Warum kann ich nicht die Dings drücken, die ich hier drücken will? Holy cow. Also hier, guck, so sieht das aus. Mini-Clipboard. Diese Klammer da oben, ja, war hier so. Aber normalerweise ist das wesentlich länger. Also dieses Teil, das ist so in echt ungefähr, also mal Minimum so. Also genau genommen doppelt so lang, wie das hier breit ist. Was habe ich gemacht? Diesen Clip, den kann man da abschrauben. Bei den Mini-Clipboards sind hinten zwei so Schrauben, die man lösen kann. Und dann gehen diese Dinger hier runter, diese Köpfe, die die Schraube von hinten... Also die Schraube kommt von hinten da durch und dieser Kopf verdeckt das. Kannst du abschrauben und dieses Ding komplett abnehmen, falls du das irgendwie gestalten willst, was draufkleben willst oder so, dass dir das nicht im Weg ist. Oder wenn du es durchschneiden willst, ist es natürlich auch sehr hilfreich, wenn dieses Ding weg ist. Jetzt habe ich dann also nur noch dieses Brettchen gehabt, habe das in der Mitte durchgeschnitten. Und das eine Teil, die eine Hälfte sitzt hier. Und die andere Hälfte sitzt hier auf der Rückseite. Hier kann man das vermutlich etwas besser erkennen. Also hier ist der Schnitt und das hier ist sozusagen der Rand. Also ich hoffe, du siehst dieses Teil. Also ja, das hat schon so Rundungen. Das kam mir hier ganz gut in den Kram, weil dann habe ich jetzt hier diese Rundungen und mein Schnitt, der hat natürlich hier eine Ecke. Also ist das perfekt, weil da braucht man da nicht groß umandant tun, weil da hat man schon gleich dieses Cover-Teil. Hier auf der Vorderseite erkennt man das nicht mehr ganz so gut. Aber wenn du genau guckst, siehst du hier oben auch die Ecke und hier die runde Ecke. Und hier unten, naja, da sieht man das nicht mehr. Aber hier, ne, so ungefähr hier sitzt jetzt das Clipboard. Dieses Ding hier, das habe ich ein bisschen manipuliert. Achso, übrigens, das sitzt jetzt an der kurzen Seite, ne. Also dieses Teil, das habe ich dann einfach, also hier ist ja der Schnitt. Vorher war dieses Ding hier an dieser Seite. Und dann habe ich das einfach an die kurze Seite von einer der Hälften dran gemacht, sodass das jetzt hier vorne drauf sein kann. Also das leuchtet ein oder einfach an die andere Seite dran gemacht. Und als ich das so überdacht habe und mir diese Idee eingefallen ist, wusste ich sofort, ich möchte diese Klemme hier oben manipulieren und diesen Stift da rausnehmen. Geri, falls du zuguckst, vielen Dank, dass du mir das manipuliert und auseinandergeschnitten hast. Also der hat sich gesagt, wie kannst du das irgendwie abschneiden? Der hat ja mich angeguckt wie so ein Auto. Aber er hat es hingekriegt. Also da ist es wirklich hilfreich, wenn ihr ein hartes Werkzeug habt, was dafür geeignet ist. Ich weiß gar nicht, wie er das gemacht hat. Flex oder so. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Jedenfalls sitzt hier normalerweise, wo ihr jetzt diesen Knochen seht, so einen Stift drin, den hat er rausgemacht. Und diese Feder auch. Weil normalerweise ist dieses Clipboard ja wirklich benutzbar als Clipboard. Also du kannst normalerweise hier draufdrücken. Und dann geht dieses Ding hier hoch. Dadurch, dass hier drin so eine Feder sitzt. Und dann kannst du da was drunter klemmen. Diese Feder, die ist jetzt hier nicht mehr da. Das heißt also, dieses Teil hat seine Funktion verloren. Ich brauche die Funktion aber hier auch nicht. Ich habe das hier komplett festgeklebt, auch damit das nicht auseinanderfallen kann. Also dieser Knochen hier, der steckt jetzt da drin. Und das war nämlich auch meine ursprüngliche Intention. Das war diese Ausgangsidee eigentlich, warum ich das auseinandergeschnitten oder auseinandergeflext oder wie auch immer haben wollte. Denn ich wollte diesen Knochen da reinstecken. Natürlich könnte man den auch da außen dran kleben. Aber das ist natürlich nicht das gleiche, als wie wenn der da drin steckt. Ja, so. Also. Jetzt kann man das zwar nicht mehr benutzen. Das kann jetzt nichts mehr festhalten. Aber ja, das muss es ja auch nicht. Weil das hier dient ja als Dekoration. Denn, was ich mir hier auch gedacht habe. Vielleicht kennt ihr meinen Halloween Journal vom letzten Jahr. Was ich mit dem letzten Ideology Halloween Release gemacht habe. Da habe ich vorne auch so eine kleine Szene drauf gehabt. Mit so einem kleinen Jungen. Und das hier, das passt dazu. Das ist wie so eine Fortsetzung von dem, was ich letztes Jahr gemacht habe. Und ich habe mir nämlich gedacht, wenn ich mir das jetzt so aufstellen kann. So als Halloween Dekoration in meiner Wohnung. Dann kann ich mein anderes Halloween Journal daneben stellen. Und dann hat man da wie so eine Reihe von Dekorationen. Und das passt dann schön zusammen. Weil hier ist jetzt so ein Fenster. Auf dem anderen Journal war so eine Tür. Also das passt dann gut zusammen. Und deswegen habe ich das auch so gemacht. Und auch so ähnlich gemacht. Wie beim letzten Mal. Und deswegen braucht es halt auch erst recht diese Funktion nicht. Übrigens an die Person, die mir das hier geschickt hat. Mit der kleinen Notiz. Wenn du es schaffst, das zu verwurschteln. Dann fresse ich einen Besen. Es wäre dann jetzt an der Zeit. Ich weiß jetzt nicht. Salz und Pfeffer oder vielleicht ein bisschen Ketchup oder Mayo. Ich weiß nicht, wie man so ein Besen normalerweise so isst. Also ganz ohne ist es vielleicht ein bisschen trocken. Aber ich wünsche dir guten Appetit. Denn das hier kommt hier überall vor. Und das hat mir so geil in den Kram gepasst. Also nochmal vielen, vielen, vielen Dank. Weil ich habe nämlich schon von Anfang an gewusst, ich will Haare und Flausch. Irgendwie. Und dann habe ich das bekommen. Und das war nahezu zeitgleich, als ich das hier gestaltet habe. Und dann habe ich gedacht, das ist ja das perfekte Material. Atmen darf man nicht, während man sowas verarbeitet. Dann kriegt man Niesanfälle. Und Staubsauger ist auch ganz hilfreich. Aber das war einfach perfekt. Vielen, vielen Dank dafür. Ich finde das schaut einfach geil aus. Ja. So hier kann man nämlich schon eher ahnen, was hier so abgeht in diesem Journal. Denn hier gibt es verschiedene seltsame Charaktere, einige seltsame Wesen. Und die sind auch, das klingt so arrogant, die sind auch entstanden eigentlich, inspiriert durch mein letztes Halloween-Journal. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Bei meinem letzten Halloween-Journal, ich verlinke euch das Video unten in der Infobox, da habe ich die Fotobooth-Fotos von Ideology genommen. Das sind ja so Porträtaufnahmen und habe die in der Mitte durchgerissen. Dazu gibt es auch Videos, wie ich das gemacht habe und so weiter. Das kann ich euch auch unten verlinken, wenn ihr möchtet. Also ich mache das, ob ihr das möchtet oder nicht. Es ist unten verlinkt. Und ich habe dann immer zwei Fotos genommen und die aneinander geklebt, aber zwei verschiedene. Also so, dass dann neue Charaktere, neue Gesichter entstanden sind. Und da habe ich mir gedacht, wenn das mit den Gesichtern geht, geht es dann vielleicht auch mit Körperteilen. Deswegen hat dieses ursprünglich rechteckige Foto, ihr seht die Idee gleich innen nochmal etwas genauer. Hier ist das jetzt hinter diesem Rahmen versteckt. Da sieht man nicht mehr, wie das Foto ursprünglich aussah. Das ist eigentlich ein rechteckiges Foto gewesen. Und da dran habe ich Füße von einer Paper Doll gesetzt und dann diese Motte da drauf. Sodass das jetzt so einen unproportionalen Körper bildet. Ich finde das total witzig. Ich weiß nicht, wer das auch witzig findet. Aber als ich das so hingelegt habe und da waren die ganzen Medien ja noch nicht drauf, da habe ich schon gedacht, oh mein Gott, das ist einfach irgendwie cool. Ich glaube, für Halloween muss ich immer so Körperpuzzle machen. Ich weiß nicht, warum. Ja. Da gibt es hier noch dieses kleine Tor. Und dieser kleine Geselle, der guckt da so durch. Wenn euch sowas einfällt, dann hofft bitte, dass euch das ganz am Anfang einfällt. Mir ist es ganz am Ende eingefallen, dass das Tor und der ganze Kladderadatsch da schon drauf war. Fragt nicht, wie es war, die Eule dahinter zu fummeln. Das war richtig schwer, aber es hat geklappt. Und jetzt guckt die da so durch. Diese kleinen Wegweiser hier, die sind neu. Das sind auch so Baseboard-Teile, so wie auch dieser Rahmen hier, also dieses Holzgitter da ist. Finde ich mega cool. Gibt es in zwei verschiedenen Größen. Und dann kann man das natürlich gestalten, wie man möchte. Hier habe ich jetzt das Wort Ick drauf gemacht. Aus diesen Buchstaben, die ursprünglich weiß sind. Habe ich einfach mit schwarzer Acrylfarbe angemalt. Und hier Nummer 13 gestempelt, weil da noch so ein bisschen Platz war und ich einfach das so ein bisschen noch interessanter gestalten wollte. Und so ein bisschen, dass das mehr in den Vordergrund kommt, obwohl das schwarz ist. Ja, und dann habe ich hier meine kleine Szene aufgebaut mit ein paar so Bouquet-Flaues, die ich schwarz angemalt habe mit Acrylfarbe. Hier ist so ein kleiner Bubble, den ich eingefärbt habe. Diese Candies in schwarz und weiß, die habe ich einfach, ja, in rund und langen Stangen, aber schwarz und weiß, die habe ich einfach so gelassen, wie sie waren. Die könnt ihr auch mit zum Beispiel Frosted Crystal embossen. Und dann kriegt das so ein bisschen so einen zuckerigen Look. Aber ich wollte das hier einfach so ganz clean irgendwie haben, weil hier schon so viel los ist. Ja, auf dem Fenster ist so ein bisschen Crackle-Paint, damit das so ein bisschen gesprungen aussieht. Zusätzlich zu dieser Scheibe, die da hinten hinter ist. Das ist so ein Plastik-Ding, ne? Also, wisst ihr? Wo, also das gibt es auch von Ideology, wo dieses Spinnennetz drauf ist. Das habe ich ein bisschen matt gemacht mit Collage-Medium, damit das nicht so glänzig ist. Ich weiß, Scheiben glänzen eigentlich, aber hier nicht. Und dann habe ich einen Teil von diesem Bretter-Fenster, was hier auch ist, genommen, um das hier auf den Rücken zu machen. Allerdings ist das hier nur ungefähr ein Drittel der Materialdicke, weil das ein bisschen rund hier ist. Ich weiß nicht, sieht man, das ist so ein bisschen rund, der Rücken. Dahinter sitzt im Übrigen hier so ein Stück von einer runden Müsli-Packung. Könnt ihr auch eine Pringles-Verpackung nehmen, damit der Rücken so rund bleibt. Und das hier, das lässt sich natürlich nicht biegen, weil das ist so dick. Also wenn, könnt ihr schon biegen, aber dann bricht es. Deswegen habe ich das gespaltet und habe nur einen Teil davon da drauf gesetzt. Aber ich finde, das wirkt trotzdem rechtdimensional, weil dieses andere da noch drunter ist. Hier drunter sitzt einfach so ein bisschen Tim-Holz-Stoff. Und damit dann diese Optik von diesem Holzfenster so sich um das komplette Journal drum herum zieht, ist das nicht nur hier vorne und auf dem Rücken, sondern hinten habe ich dann auch nochmal so eine Bretter-Optik. Diese Bretter sind neu, also das ist kein Holz, schaut zwar ziemlich echt aus, aber das ist auch so ein Baseboard-Material, genauso das gleiche wie dieser Quote hier. Das ist so ein bisschen dicker auch, also genauso dick wie das andere Baseboard-Material logischerweise ist. Und dann könnt ihr die auch so bearbeiten, wie ihr möchtet. Anschleifen, was ich jetzt hier getan habe, ein bisschen. Und dann habe ich hier schwarze Acrylfarbe drauf gemacht. Und diese geilen Motten, schauen die nicht einfach nur geil aus. Ich habe die hier mit ein bisschen Collage-Medium auch eingestrichen, dass die auch nicht glänzen. Also zumindest, ja, seht ihr, zumindest so, die sind jetzt so medium glänzend. In dem Journal habe ich die allermeisten, oder ich glaube alle glänzend gelassen, auch um so einen kleinen Kontrast zu schaffen. Und die Motten ziehen sich auch durch das ganze Journal, weil sie auch Teil dieser Körperpuzzle-Idee sind. So, schlagen wir mal auf. Das reißt es echt raus, oder? Dieser Flausch reißt es raus. Ich finde das so lustig. Das klingt ja irgendwie arrogant, ne? Aber als ich das mir so hingelegt habe und versucht habe, die einzelnen Teile so zu diesen Collagen zusammenzubauen, also weil, jetzt hast du da die ganzen Motten, jetzt hast du da die ganzen Köpfe und du hast die Paper Dolls, da musst du erst mal gucken, was passt überhaupt zusammen, ja? Also was ergibt Sinn, dass ich auch genug hatte, um dieses Journal damit zu befüllen. Denn wenn ich so ein Make mache, dann bekomme ich die Sachen von Ideology ja vorne weg. Also das heißt, ich kann mir das, was ich da bekomme, nirgendwo bestellen, weil das gibt es ja auf dem Markt noch nicht, in dem Moment, wo ich das bekomme. Und wir bekommen das natürlich jeweils nur einmal. Das heißt also, zum einen muss ich gucken, wie puzzle ich das zusammen. Ich kann jetzt nicht sagen, oh, ich nehme ein zweites Päckchen Motten, weil das habe ich nicht. Und zum anderen muss ich gucken, dass ich das nicht verkacke, weil wenn ich das erst mal da hingeklebt habe, dann ist es weg, ne? So, deswegen ist das immer so ein bisschen krass. Und wenn man das dann da liegen hat, ne? Und man sieht das so zum ersten Mal und es gefällt einem dann selber, ne? Dann ist immer so, dass man so denkt, finde jetzt nur ich das lustig und toll oder werden die anderen Leute das wohl auch mögen? Deswegen bin ich sehr auf eure Meinung hier drüber gespannt, weil, also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist das so ein Luise-Masterpiece. Also ich bin da wirklich stolz drauf, wie das geworden ist. Ja, das klingt immer so blöd. Aber ich finde, es ist auch wichtig, sowas mal zu sagen, weil man muss stolz sein auf das, was man gemacht hat. Und wenn man selber irgendwas toll findet und einem so denkt, so, boah, das ist mir voll toll gelungen. Ich meine, ihr könnt euch denken, da steckt ein Haufen Arbeit drin, ja? Da sind sehr, sehr viele Stunden Arbeit reingeflossen. Und wenn man dann stolz auf sich selber sein kann, ist das auch irgendwie wichtig, oder? Ich weiß nicht, ja. Ich denke schon. Das klingt immer so ein bisschen blöd. Hier auf der linken Seite habe ich auch so ein transparentes Ding verwendet. Und zwar das hier mit diesem gesprungenen Glas, mit diesem Loch. Also das soll ja so ein gesprungenes Glas sein. Und die sind jetzt in dem neuen Release schon eingefärbt. Finde ich gut. Aber, also ja, ich fand es auch gut, dass es die ganz klar letztes Jahr gab. Aber ich bin eher glücklich, dass sie wieder zurückgekehrt sind. Weil letztes Jahr hat es geheißen, die gibt es einmal und dann nie wieder. Muss man sich dann auf Vorrat kaufen. Und jetzt haben sie sie doch nochmal rausgebracht. Das finde ich sehr geil. Allerdings sollte man bedenken, wo man sie drauf macht. Denn diese Färbung, die ist schon recht intensiv. Also hier könnt ihr den Unterschied sehen. Also dieses transparente Ding, das liegt auf der ganzen Seite. Und dann habe ich hier so einen Schlitz reingemacht, der jetzt dann diesen Tag festhält. Und da könnt ihr jetzt mal den Unterschied sehen. Ja, also so sieht dieses Papier, dieses Ephemera normalerweise aus. Und so ist das dann. Da muss man ein bisschen gucken. Also, ne, aber da, wir haben ja Augen im Kopf, wo man das drauf macht. Weil das verändert es schon sehr. Also diese Optik, die wird dadurch sehr verändert. Hier zum Beispiel seht ihr diesen Käfer auf dem Originalpapier. Und so verändert sich das dann. Es wird sehr, sehr vintage. Und das sollte man vielleicht wissen, bevor man das da drauf macht. Ich meine, ich finde das geil. Aber es gibt ja auch Leute, die wollen vielleicht zerbrochene Scheiben benutzen. Aber die sind nicht vintage drauf. Ist da Bescheid? Deswegen sage ich das. Hier habe ich so eine kleine Dings gemacht. So eine kleine Klappe. Dass hier so eine kleine Überraschung entsteht, wenn man das aufmacht. Und hier habe ich so eine kleine Figur nur zur Hälfte benutzt. Das finde ich, warte ich als, das klingt so arrogant, finde ich eine ziemlich coole Idee. Weil, wenn ihr euch jetzt diese Figuren hinlegt und ihr macht die, also, ne, die Einzelteile, die habe ich alle, bevor ich die in die Collagen eingearbeitet habe, so zusammen gepuzzelt und zusammen genäht. Weil die Motten sind alle aufgenäht. Und auch um die Fotos habe ich teilweise drum herum genäht. Und das muss ich natürlich machen, bevor ich das hier aufklebe. Und wenn ihr euch davon jetzt mehrere Charaktere gemacht habt und ihr zählt die Seiten von eurem Journal, dann kann es passieren, dass ihr, so wie ich, denkt, oh Mist, ich habe nicht genug. Schneidet den einfach durch, eine, zwei oder drei oder wie viele ihr braucht, dann habt ihr doppelt so viele. Also, wisst ihr, dann könnt ihr das da so an den Rand machen und dann habt ihr das Durchgehen durch das ganze Journal. Und es ist nicht so, hier ist eine da, ist eine, dann kommt eine ganze Zeit lang nichts und dann kommen wieder welche. Dann ist es gleichmäßiger verteilt. Dieses hier hat mich sehr viele Nerven gekostet, aber das ist, finde ich, von diesem Journal eine der besten Seiten irgendwie geworden. Auch wenn das schon wieder arrogant klingt. Hier habe ich den Mond genommen, der in dem Release kommt und habe den zuerst, also bevor der Mann drauf war, hier drauf gelegt auf dieses Teil und habe dann mit schwarzer Strukturpaste durch eine Schablone schabloniert. Diese heißt, glaube ich, Gothic von Stamper's Anonymous und Tim Holtz. Finde ich, die passt total gut zu Halloween. Und das habe ich da so drauf schabloniert, dass das eben teilweise auf dem Mond ist und teilweise auf dem Hintergrund hier. Macht euch das mit einem nicht so gut klebenden Washi-Tape oder etwas ähnlichem da drauf fest, wenn ihr sowas machen wollt, weil dieses Material ist recht rutschig. Man könnte das auch natürlich mit einer Postkarte und einem Kreis oder so machen oder mit ganz normalem Papier, aber nichtsdestotrotz, ich würde es fest tapen, damit euch das nicht verrutscht, weil ich wollte auf gar keinen Fall, dass dieser Kreis dann später auf der Strukturpaste hier aufliegt. Ich meine, das ist ein Junk Journal, ja. Da kann das auch mal ein bisschen schief und krumm sein und das ist toll. Aber hier in diesem Fall wollte ich, dass das so flach wie möglich aufliegt, weil dieses hier hinter habe ich auch bewusst recht flach gemacht und ich wollte verhindern, dass das irgendwie so hochstehen kann, so komisch, weil wenn das da aufliegt, dann hat man da mehr Platz dazwischen und das ist natürlich blöd. Ja, so. Jedenfalls haben wir jetzt hier diesen Kerl. Und hier sieht man auch, also ne, ich habe die Fotos hier oben bewusst rechteckig gelassen, außer auf dem Cover. Also hier seht ihr das auch noch. Da sieht man tatsächlich noch den Rand von dem Foto. So, ich habe die ein bisschen durchbrochen durch Die Cuts oder durch solche kleinen Schnipsel da, dass es nicht ganz so bam, bam, bam Rechteck aussieht. Aber ich wollte, dass man wirklich dieses Puzzle erkennt, dass man sieht, ein Rechteck, die Motte und die Füße einer Paper Doll. Ja, also das hier unten sind auch Füße von einer Paper Doll. Da fehlt einfach der Kopf. Den kann man dann für was anderes verwenden. Dann kann man das hier so aufklappen. Dann kommt hier dieses kleine Mädchen zum Vorschein mit genau der gleichen Idee gemacht. Schaut aber total anders aus. Fand ich auch ziemlich faszinierend. Ich habe zuerst gedacht, oh, wenn ihr das machst und dann zieht sich das so durch das ganze Journal, dann ist das irgendwie immer die gleiche Idee. Das schaut bestimmt total langweilig aus. Finde ich aber gar nicht. Also vielleicht wollt ihr mir einen Kommentar hinterlassen, wie ihr das empfindet. Ist das jetzt so? Also müsst ihr erstmal vielleicht das Ganze gesehen haben, um das entscheiden zu können. Aber vielleicht könnt ihr die Frage kurz im Hinterkopf behalten. Denn das würde mich wirklich interessieren, wie ihr das empfindet. Ist das langweilig, weil das immer die gleiche Idee ist? Oder ist es interessant, weil man wissen will, boah, wie sieht denn wohl die nächste aus? Ist das so? Die nächste Figur. Das würde mich echt mal interessieren. Das hier kann man dann noch so rausziehen. Also da hat man hier nochmal diese kleine Karte. Und auf der Rückseite habe ich hier einfach so einen Backdrop drauf gemacht. Wenn man da drauf schreiben möchte, müsste man entweder hier einen weißen Stift verwenden oder einfach ein bisschen Gesso drauf streichen. Aber den Trick kennen wir ja schon. Und da kann man da auch mit einem schwarzen Stift natürlich drauf schreiben. Hier habe ich dann die Motten ein bisschen anders eingesetzt, weil ich nicht auf jeder Seite so einen Charakter haben wollte. Aber, und, 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 aber, ihr könnt natürlich dann, wenn ihr so eine andersartige Seite dazwischen baut, die Oberteile nehmen, die ihr natürlich übrig habt, wenn ihr für die anderen Charaktere die Füße gemacht habt. Weil mit jedem Fußpaar sozusagen, also mit jedem Unterteil, habt ihr ja ein Oberteil, was ihr abgeschnitten habt. Und das könnt ihr dann anders verwenden. Zum Beispiel in einem kleinen Bellyband, so wie ich das hier gemacht habe. Da könnte man jetzt theoretisch was dahinter stecken. Habe ich hier nicht gemacht. Ihr wisst das, ne? Also, wenn ihr das nicht wisst, ich sage das kurz, ich schicke das zu Tim. Der zeigt es dann in seinem Ideology-Live-Video. Das ist bereits erschienen. Der Replay-Link befindet sich auch unten in der Infobox. Also, vielleicht habt ihr das sogar in seinem Live schon gesehen, als er das gezeigt hat. Und dann möchte ich das immer so einfach wie möglich machen. Ich möchte nicht, dass der da, wer weiß, wie viele tausend Sachen rausziehen muss. Da reicht mir schon sowas wie diese Karte hier. Ne? Weil der muss das rausmachen und wieder rein. Und wisst ihr, in wenigen Minuten, das ist immer ein bisschen schwierig. Und deswegen ist das leer. Aber man könnte theoretisch hier was dahinter schieben, weil das ein Bellyband ist. Hier habe ich die Motten einfach andersrum gemacht. Ich finde das total cool. Ich liebe ja sowieso Schmetterlinge oder Motten. So drei untereinander in verschiedenen Größen. Das ist ja einfach wunderschönst. Aber ich habe mir gedacht, ich mache das mal andersrum. Und das hat auch dafür gesorgt, dass hier mehr Platz war für die Kinder. Die sind jetzt da so. Der Hintergrund hier, alter Schwede, fragt nicht, fragt nicht, wie habe ich das gemacht? Macht das einfach nicht. Doch, macht das, weil dann fühle ich mich nicht so alleine. Ich wollte wissen, kann ich einen Hintergrund schablonieren? Ja, kann ich. Seht ihr hier. Kann ich dann da drauf, also das ist mit Tinte schabloniert, ne? Oxiding. Kann ich dann eine Schablone, genau genommen die gleiche, nehmen? Also, Moment, das ist verwirrend, Luise. Auf der Schablone, das sieht man hier nicht mehr so gut, sind zum einen diese Punkte und diese Zahlen gewesen. Ja, weil sonst denkt man, hä, wieso ist das die gleiche Schablone? Also, ich habe zuerst die Punkte schabloniert mit Oxide Ink, dann habe ich durch sich, Quatsch, äh, weiße Strukturpaste durch die Zahlen schabloniert und während das noch feucht war, habe ich da drauf ganz, ganz, ganz vorsichtig, also wirklich mit kaum Druck, ein bisschen von dem Collage Paper getan, dieses Motiv mit den Cracklen, bin dann da vorsichtig mit Wasser drüber gegangen, damit das wirklich sich richtig gut verbindet und habe das dann antrocknen lassen. Dann habe ich sehr viel von dieser Flüssigkeit hier getrunken, Kaffee mit Milch. Normalerweise trinke ich meinen Kaffee schwarz, da wisst ihr schon Bescheid, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, das war so schwierig, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich wollte, dass das Collage Papier nur auf der Strukturpaste ist, vielleicht gibt es da irgendeinen Trick, den ich nicht kenne, es war so schwierig, weil ich musste ja dann das überschüssige Collage Papier dazwischen wieder wegkriegen. Bin dann ganz vorsichtig mit dem Wassertankpinsel hier außenrum rumgegangen, um jede dieser einzelnen Zahlen und habe das mühselig abgefriemelt. Das war so schwierig, ich erzähle euch hier immer die Wahrheit, ihr hört hier die volle Wahrheit, auch wenn irgendwas schief geht, das ist meine Realität und das ist möglicherweise auch eure, dass mal irgendwas schief geht, meine ich. Dieses Bellyband ist hier genau genommen nur drüber, weil hier hinter es total verkackt ist, auf Deutsch gesagt. Hier in diesem Bereich, das habe ich als letztes gemacht, da ging es dann schon ein bisschen leichter mir von der Hand, aber hier hinter, das schaut da hinter aus, also wenn ihr da durchgucken würdet, ihr würdet mich auslachen. Jedenfalls schaut das, finde ich, trotzdem cool aus und das, also ich finde, das ist eine der besten Seiten geworden in diesem Journal. Was will ich damit sagen, warum erzähle ich das so lang und breit? Ich hatte neulich auch eine Konversation mit jemandem, die gesagt hat, ja boah, ne, das ist jetzt voll gut, dass ich das mal erfahre, dass bei dir auch nicht immer alles so läuft, wie es soll und dass da auch mal irgendwas schief geht. Ja, natürlich, ja, also ich habe auch gesagt, was meinst du, wie oft man solche Sachen ausprobiert, wie oft man solche Sachen nochmal neu macht. In diesem Fall war es nicht möglich, das neu zu machen, ja, sonst, wisst ihr, sonst hätte ich vielleicht einfach dieses Teil nochmal genommen, hätte das da in meinen Collage-Forder geschmissen, hätte es nochmal neu gemacht und anders vielleicht oder nochmal einen neuen Versuch gestartet. Ging aber in diesem Fall nicht, weil ich dieses Folio-Folder-Ding nur einmal hatte. Deswegen muss ich das Beste hier draus machen. Aber natürlich ist das normal, dass Sachen schief laufen und nicht beim ersten Mal klappen. Wenn du dir sowas ausgedacht hast und du willst wissen, ob das funktioniert, ich meine, es ist ein bisschen dumm, das dann hier in so einem Journal zu machen, wo man weiß, man muss es zum Tim schicken. Ja, so, da könnte man auch was machen, wo man safe weiß, dass es klappt. Aber selbst dann können Sachen natürlich schief gehen. Aber solche Sachen, dass das dann so aussieht, das hat was mit Übung zu tun. Ja, also du musst mit Sicherheit viele Sachen, also es sei denn, du bist ja voll das krasse Naturtalent, kann sein, dass Menschen gibt, die das nicht üben müssen, aber ich muss das üben. Ja, so, und vielleicht ist das für manche irgendwie nicht so einleuchtend. Deswegen sage ich das hier nochmal so, weil ich habe oft den Eindruck, dass ihr denkt, so, na, die macht das und die weiß immer, wie das geht und dann sieht das so aus. Ja, so, und, also, vorausgesetzt, ihr findet, dass das gut aussieht. Wenn ihr das scheiße findet, ja, dann denkt ihr euch das wahrscheinlich nicht. Aber ich rede jetzt von den Leuten, die sagen, boah, das schaut gut aus. Warum ist das so? Ja, bei mir gehen auch Sachen schief und das nicht nur einmal. Was meint ihr, was meint ihr, wie lange mich diese Kacke hier gekostet hat? Also ja, vor allen Dingen, bis man erstmal weiß, wie man das aufkleben will, es dauert Stunden, wenn nicht Tage. Also dieses Cover, ungelogen, das hat unzusammengebaut, mal Minimum eine Woche da rumgelegen, bis ich wusste, dass ich das wirklich so zusammenkleben will. Weil Geschmack verändert sich auch während des Prozesses. Kann sein, es gefällt dir heute irgendwas und morgen gefällt dir das gar nicht mehr, dann musst du es umändern. Also, ja, so, wenn du möchtest, dass es dir dann am Ende gefällt. Hier ist auch nochmal so eine Motte. Diese größeren, die habe ich jetzt benutzt, um die ein bisschen in einen anderen Zusammenhang zu bringen. Wie ihr seht, ist das hier nicht so eine zusammengepuzzelte Figur, sondern es ist einfach so ein, also ich vermute, Geschwisterpärchen. Ich denke, das sind Geschwister, oder? Von den Paper Dolls, also die sind schon so zusammen. Da ist jetzt hier kein Übergang, das ist so ein Pärchen halt, also in einem Stück sozusagen. Und da habe ich dann die großen genommen, diese großen Motten, um die da so in dieses Arrangement mit einzubringen, weil die großen für meinen Geschmack ein bisschen zu groß waren, um diese Figuren zu bilden, die ich da zusammengepuzzelt habe. Und, die passen auch hier quer nur bedingt drauf. Also, wenn ich das machen will, machen wollen würde, dann müsste die Motte wirklich in der Mitte sitzen und diese Figur auch in der Mitte, damit ich überhaupt hier noch genug Platz habe. Also, ihr seht schon hier bei der, wenn ich die da auf dem Bellyband habe, habe ich hier nur noch minimal Platz. Ich wollte das nicht ganz da dran machen, damit man es besser umschlagen kann. Dann steht es aber hier schon raus. Und hier hinten habe ich auch eine, die raus steht. Also, ne, da muss man auch so ein bisschen mit der Größe gucken, dass sich das ausgeht. Mit Sicherheit gibt es da noch andere kreative Lösungen, um auch die großen für so ein Puzzle zu verwenden. Aber ich habe das jetzt hier so gemacht. Und auch, um natürlich ein bisschen mehr Abwechslung in dieses Journal zu bringen. Ich habe auch dann teilweise, so wie hier zum Beispiel, einfach die Motte alleine für sich sprechen lassen, sozusagen. Dieser Hintergrund, der gefällt mir wahnsinnig gut. Also, ich liebe ja diese Schablone, ne, und vor allen Dingen mit schwarzer Struktur passt. Das schaut so wundervoll aus. Dieses glänzende, goldene, was ihr da seht, ist das neue Distress Spritz. Und zwar im Farbton Fossilized Ember. Boah, jetzt bin ich fast ein bisschen überrascht, habe es auf den ersten Griff gegriffen. Die stehen nämlich da alle. Warum wird das denn nicht scharf, Mensch? Was ist denn hier heute los? Die stehen da alle nämlich ziemlich dicht beisammen. Jetzt habe ich durch Zufall gerade die richtige erwischt. Das ist dieser Farbton. Die Distress Ink oder Oxide Ink, das ist ja so ein Gelbton. Aber dieses Spritz hat so, ja, also den Farbton natürlich, ne. Also das Micah ist ja in dem Farbton Fossilized Ember, aber das wirkt richtig Gold, wenn ihr das irgendwo drauf macht. Und ich finde auf schwarzer Strukturpaste, wie geil, schau das bitte aus. Das ist richtig dezent und trotzdem ist es da. Und dadurch, dass es dieses Micah enthält, sieht man das auf der schwarzen Strukturpaste auch. Es gibt ja durchaus Medien, die man auf schwarze Strukturpaste macht und dann sinkt es da ein und man sieht es dann nicht mehr. Also die 13 hier ist aus dem letzten Halloween Release, also vom letzten Jahr. Und hier habe ich dann so eine kleine Tasche gemacht. Also hier kann man theoretisch auch noch was reinstecken. Ich habe auf diese Seite, also auf die erste Seite von dem Folder, also, ne, das hier ist so ein Ding. Ach so, übrigens, jede Signatur ist ein Folder. Ne, falls ihr das wissen wollt, da habe ich letztes Jahr so viele nachgefragt. Das habe ich hier wieder so gemacht. Also eine Signatur besteht aus einem so einem Folder. Also das ist eigentlich immer nur eine so eine Doppelseite, so wie letztes Jahr bei dem anderen Journal auch. Und das ist hier so, seht ihr, das ist jetzt nur so ein so ein Ding. Das kommt, weil ich das zusammengenäht habe und da draußen eine Tasche gemacht habe. Und zwar, weil ich habe hier, ich weiß gar nicht, ob man das so gut erkennt, irgendwie, weiß ich auch nicht, weiß nicht, ob man meine Intention dahinter erkennt. Ich habe auf dieses Außending zwei so Collage-Strips geklebt und dann halt passe ich hier wieder zurechtgeschnitten. Und dann habe ich diesen Teil dekoriert, da innen ist alles nackt und leer, ja, so, in dieser Tasche. Und dann habe ich eine Motte genommen, habe die hier draufgelegt und habe da drumherum gemalt. Die Motten haben immer, ich zeige euch das kurz hier, dann sieht man das vielleicht besser, da nochmal so ein bisschen so einen transparenten Rand drumherum. Seht ihr das? Also das Motiv der Motte fängt ein bisschen später an, als der Rand ist. Ich weiß nicht, kann ich euch das irgendwie zeigen? Seht ihr, da sind so ein paar Millimeter dazwischen. Und dann habe ich genau an diesem äußeren Rand lang gemalt, also nicht an dem Motiv, sondern an dem Rand von dem Plastik. Und habe das dann hier rausgeschnitten und dann da reingetan und festgenäht. Ich frage mich nach Sonnenschein, das war ein bisschen schwierig, das festzunähen. Aber dadurch sieht man jetzt diesen Rand, weil, ne, dieses, ach, dieses Helle da, wie erkläre ich euch das? Das ist die Farbe von dem Material. Hier sieht man das vielleicht ein bisschen besser in der Kamera. Damit das dann so eine Outline da kriegt und das dann wirklich auch so aussieht, hoffe ich, dass das so aussieht. Also wenn er da so, ja, so, so mit so einer Lücke dran festgenäht ist. Also, kein Plan, ob man das nicht kennt. Ja, übrigens ist das die gleiche Schabdone wieder. Manchmal, ne? Da habe ich echt Schwierigkeiten, irgendwas zu erklären, was ich mir dabei gedacht habe. Weil da habe ich manchmal das Gefühl, das ist nur in meinem Hirn und sonst nirgendwo. Falls irgendjemand diese Idee nachmacht, dann möchte ich dich bitten, falls du es bist, mach bitte diese Kombination, weil das habe ich nämlich erst im Nachhinein gesehen und da war es schon zu spät, als dass ich da noch was übrig gehabt hätte. Mach bitte genau diese Kombination mit genau dieser Motte, mit diesem Röckchen hier, weil guck mal bitte, wie lustig das aussieht, dass er dieses Röckchen hat. Und, dann mach mal bitte hier oben zwei Hände dran, links und rechts, von irgendeiner Paper Doll. Dieses Video, das seht ihr im Oktober. Und man mag sich jetzt vielleicht wundern, ich habe das schon wesentlich eher aufgenommen, als ihr das jetzt seht. Und während ich das hier aufnehme, bin ich immer noch mitten in meinem Umzug. Ja, ihr wisst vielleicht, ich bin umgezogen. Also jetzt, wo ihr das seht, ist hoffentlich meine Wohnung und mein Bastelzimmer fertig. Aber ich sitze jetzt gerade hier immer noch an meinem provisorischen Tisch und ich habe meine anderen Paper Dolls nicht zur Verfügung gehabt, als ich das gemacht habe. Aber ich stelle mir vor, dass hier zwei Hände dran sind und dann schaut das noch viel witziger aus, als es jetzt sowieso schon aussieht. Probiert das bitte aus, postet das irgendwo und markiert mich, okay? Ich bin wirklich gespannt. Das könnte bestimmt richtig witzig aussehen. Ja, das hier im Übrigen, vielleicht ist das auch für den einen oder anderen interessant zu wissen, war die erste von diesen kleinen Figurcollagen, die ich gemacht hatte. Und manchmal ist es ja so, ich weiß nicht, geht euch das auch so, wenn ihr so eine Idee habt und ihr macht das dann und ihr macht dann mehrere davon in verschiedenen Versionen, dann schaut die erste immer anders aus, als alle anderen. Mir geht das auch bei digitalem Papier so. Wenn ich digitales Papier mache und ich habe die erste Seite fertig und mache dann die nächsten Seiten, dann merke ich selber hinterher, welches die erste war. Komischerweise, ich weiß nicht, woran das liegt. Und hier ist es so, dass mir das gar nicht auffällt mehr, dass das die erste war. Also die erste nach dieser hier. Aber die ist ja auch, wie ihr seht, ein bisschen anders als die hier, weil hier noch ganz viel drumherum auch ist. Das ist schon mal ein Grund. Und die ist auch mit anderen Medien gemacht als die da vorne. Also hier sind zum Beispiel keine Crackle auf dem Gesicht oder so. Aber ich weiß nicht, seht ihr das, dass das anders aussieht? Also ich sehe das nicht. Und das finde ich sehr faszinierend, weil das ist eigentlich ein bisschen untypisch für mich. Ja, so, hier. Achso, was ich auch geil finde hier dran ist, dass diese Folder diese zwei verschiedenen Größen haben. Wenn ich jetzt hier so durchblättere, merkt ihr dann, dass das nur zwei verschiedene Größen sind? Oder habt ihr den Eindruck, das sind noch mehr verschiedene Größen? Weil ich habe nämlich den Eindruck, dass das viele verschiedene Größen sind, obwohl es nur zwei sind. Ich weiß nicht, das kommt wahrscheinlich auch durch dieses ganze Zeug, was hier so raussteht. Das kann durchaus möglich sein. Hier haben wir so einen kleinen Tuckspot. Der hält jetzt diese zwei kleinen Dinger hier fest. Ach, ich liebe ja diese Flashcards, ne? Der ist einfach gemacht aus so einer Rose. Die habe ich einfach da so... Ist ein bisschen schwierig, das dahinter zu kriegen. Wisst ihr Bescheid? Ich weiß schon, warum ich das normalerweise so nicht mache. Damit... Oh, ich breche zusammen. Damit Tim nicht so einen harten Job hat, das da reinzumachen. Mehr Seiten, als es jetzt hat, hätte dieses Journal nicht haben dürfen. Ihr seht schon, wenn ich das so hinlege, dann kann man das gerade... Also wir sind jetzt hier ziemlich in der Mitte. Kann man das gerade noch so sehen, dass das nicht zu schräg ist. Ich hasse das ja, wenn das so ganz schräg ist und man das dann gar nicht mehr richtig betrachten kann, ohne dass man das irgendwie so hochnehmen oder auseinanderbiegen muss. Hier geht es jetzt gerade noch so, aber mehr Seiten hätte es nicht haben dürfen. Das ist auch eher wie so ein Album, als dass es ein Journal ist. Das liegt aber auch schon daran, dass diese File... Wie heißen die Dinger nochmal? Folio Folders so steif sowieso schon sind. Und wenn du dann da noch was draufklebst, ja, dann ist es eher so eine Albumseite, als so eine flexible Journalseite. Wenn das dünneres Papier wäre, wäre das mit diesem Aufspreizproblem wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen was anderes. Aber nur für den Fall, dass ihr das irgendwie nachmachen wollt. Hier sind jetzt alle sechs von diesen Folio Folders drin. Und wenn ihr das so macht, wie ich das jetzt hier gemacht habe, nehmt bitte einfach nicht mehr. Ja, weil dann schaut das irgendwie komisch aus. Soll sich jetzt nicht so rechthaberisch oder befehlsmäßig anhören, ist nur ein kleiner Tipp. Ich habe gerade gemerkt, das klang ein bisschen komisch. Ja, so. Und ich finde auch, ähm, diese Hüte zum Beispiel, ne, also dieser Hexenhut, den ich ihr hier gegeben habe, der ist von dem Stickerbook. Diese Hüte, die sind ja richtig cool, ne. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man die auf dem Stickerbook so sieht, da sind ja so mehrere nebeneinander. Da gibt es diese Spitzen und auch diese normalen, äh, warte mal, ich glaube, hier vorne habe ich doch irgendwo so einen von den normalen benutzt oder zwei sogar. Hier, guck, diese sind da. Und auch die, die haben sogar auch so Schlitze, dass man die auch auf die Paper Dolls so drauf machen kann, dass das dann richtig hinter dem Kopf auch hergeht. Das habe ich jetzt hier nicht so gemacht, aufgrund von diesem Flausch leuchtet ein, ja. Aber selbst wenn man das so macht, finde ich, schauen die richtig cool aus. Und wenn man die aber auf dem Stickerbook erstmal so sieht, dann denkt man so, naja, okay, so ein Sticker halt, ne. Aber ich finde, die schauen total cool aus. Auch dieser Druck, der gefällt mir total gut. Finde ich ganz interessant, dass man dann auch denen da so kleine Accessoires, sprich, so Hüte geben kann. Ja, hier der Klassiker. Ich habe gedacht, das kann man in einem Halloween-Journal auch mal machen, hier mit so einem Schmetti. Das ist einmal ein Huf, ein Die-Cut. Das hier ist der Perspective Butterfly von Sissix und Tim Holz. Den habe ich ausgestanzt und dann hier bearbeitet. Ich wollte das ganz genau wissen. Erinnert ihr euch noch an mein, den hatte ich nämlich noch, an mein Waschmaschinen-Journal-Experiment und wo ich dann da so ein paar weiterführende Experimente gemacht habe? Davon ist der übrig geblieben. Das waren genau genommen zwei Hälften, ja genau, das sind zwei Hälften. Also dieses hier ist anders gemacht als das, deswegen hat es auch verschiedene Farben. Und den hatte ich dann noch rumliegen und da habe ich mir gedacht, als ich den Hintergrund gesehen habe, der passt da perfekt. Also ich hätte sowieso den Perspective Butterfly genommen, aber da habe ich gedacht, da kann ich auch den nehmen, den ich noch rumliegen habe. Passt auch gut zu dieser Motte hier farblich, oder? Und dann habe ich das so gemacht, ich habe den erstmal, also die beiden Hälften, auf einen Backdrop geklebt, aber nur in der Mitte und ein bisschen hier, weil ich wollte nicht, dass das zu filigran ist. Und dann habe ich einfach da drum rum geschnitten und dann geinkt, sodass das jetzt hier zwei Layer hat und dass man da auch so schön dazwischen gucken kann. Entschuldigung. Und dann habe ich einfach beim Einnähen der Signatur die Motte hier mit eingenäht, sodass die jetzt hier so hochstehen kann. Und hier jetzt noch so ein kleiner Dike hat, der einfach so dazwischen geklemmt ist. Also natürlich ist der auch festgeklebt, aber ich wollte auch, dass der sich so ein bisschen bewegt. Und ja, man darf hier halt hier nicht dran reißen, so ein bisschen filigran, aber muss man halt ein bisschen vorsichtig umklappen. Theoretisch könnte man hier das auch noch ein bisschen bejournalen oder so, wenn man möchte. Das hier kann man auch rausnehmen. Das ist hier so ein kleiner Tagspot. Da habe ich jetzt einfach diesen Tag reingesteckt. Gleiche Gründe wie eben schon genannt. Kann man natürlich auch noch weiter befüllen. In diesem Journal ist relativ viel Platz. Also wenn man die einzelnen Taschen und so weiter noch befüllt, also es sind ja nicht so viele Taschen, aber man könnte auch noch irgendwo was draufkleben oder so, oder so ein kleines Hochklappding oder so dran machen. Da ist noch genug Platz, um das tun zu können, auch wenn das relativ fett schon aussieht. Wobei aber das natürlich dann auch diese Spreizproblematik nicht gerade verringert. Also würde ich mir das überlegen, ob ich das mache oder nicht. Also dieses Journal bleibt auch so, wie es ist. Ja, also ich werde das nicht benutzen, um da irgendwie drin zu journalen, weil das ist so ein bisschen so eine sentimentale Sache. Die Makes, die ich für Tim mache, die gehen zu ihm und dann kommen sie, so wie sie sind, zu mir wieder zurück und ich benutze diese Journals dann später nicht, sondern die bleiben dann bei mir und ich habe da Freude dran, so wie sie sind, mir das nochmal anzugucken, aber ich journal da jetzt nicht irgendwie drin und ich verändere da auch drin nichts. Das ist so ein bisschen irgendwie so ein Spleen oder was, keine Ahnung. Ja. Das hier finde ich auch sehr cool. Ich mag ja sowieso diese Paper Doll so gerne. Die ist einfach, ich könnte die jedes, bei jedem Ideology Make könnte ich die benutzen. Es gibt noch diesen anderen, diesen kleinen Jungen, den kennt ihr vielleicht, also der, der auf meinem letzten Halloween Journal drauf ist, vom letzten Jahr. Den habe ich da vorne als Fokuspunkt verwendet und dieser hier, also die sind, ja, ich will die irgendwie als Tapete oder so, oder als so lebensgroß, wie nennt man das, wie so ein Pappaufsteller, wisst ihr, wie man früher von so Stars und so hatte. Also ich hatte sowas nie, aber ich glaube, sowas gab es mal. Hier im Hintergrund habe ich das Collage Paper einfach auf einen geinkten Hintergrund draufgeklebt, um so einen Zusammenhang zu kriegen. Hier sind ja so Schmetterlinge drauf. Zu der Motte hier, ich finde, das schaut total schön aus und das ist total simpel gemacht irgendwie. Und so ein, dieser Hintergrund ist zwar irgendwie unruhig durch diese Pünktchen und dieses Ink, aber das ist trotzdem irgendwie so ruhig, dass das hier gut zum Vorschein kommt, oder? Wie seht ihr das? Hier ist die andere Hälfte von dem Auseinandergeschnittene. Und ich finde, wenn das Auseinandergeschnitten ist, das sieht gar nicht so auseinandergeschnitten aus, oder das sieht so aus, als wenn es so müsste. Findet ihr das auch so? Wie habe ich die Haare dann so zur Seite stehen lassen? Weil ich dachte, ich will die jetzt halt auch nicht da oben wieder dran machen, weil, ne, wie mache ich das hier? Dann muss das so halb sein. Das schaut ein bisschen komisch aus. Aber kann man natürlich auch so machen. Ist jetzt hier, ja, im Rest des Jahres unrealistisch, aber zu Halloween kann man das so machen, dass das hier so seitlich aus dem Kopf rauskommt. Weil so das darf man dann. Und gleichzeitig hat man dann natürlich auch da so einen flauschigen Page-Tab und kann den dann auch, so wie ich das jetzt hier gemacht habe, von der Rückseite noch dekorieren. Muss man auch, weil man ja jetzt hier die Rückseite von diesem flauschigen Stoff hat. Hier sieht man das noch ein ganz kleines bisschen, weil ich das hier so rechteckig gelassen habe, wie dieses rote Teil da drunter ist, dieses Stück von diesem Ticket. Weil ich wollte das jetzt nicht irgendwie da so komisch abschneiden. Vor allen Dingen werden dann auch Teile von diesem Flausch hier abgefallen. Und dann hätte der weniger Haare gehabt. Deswegen habe ich es so eckig gelassen. Aber das schaut natürlich dann von hinten komisch aus, wenn man da diesen Stoff hat. Deswegen habe ich das hier dekoriert. und das ist irgendwie zwei in eins. Also das ist vertuscht und gleichzeitig hat man da so einen kleinen Page-Tab. Hier habe ich das Ticket einfach geteilt. Diese Farbe hier war mir sehr suspekt auf der Seite, aber ich dachte, das versuchen wir mal. Weil ich gedacht habe, das Grün passt hier gut dazu, das Grün von diesem Ding hier. Da habe ich gedacht, was könnte da gut dazu passen? Da habe ich gedacht, hier eben so ein Kontrast, also rot. Und dann war das da oben. Da habe ich gedacht, Mensch, nochmal, ein bisschen zu groß war es auch. Da habe ich es einfach abgeschnitten und hier unten hingemacht, um dann hier The Old Witch drüber zu kleben, damit diese Seite auch eine Überschrift hat. Die gerade dann hier so eine kleine Spinne noch gekriegt, zusätzlich zu dieser Maske. Also das macht total Spaß, ne? Also diese Paper Dolls zu dekorieren mit diesen Sachen aus dem Stickerbook, das finde ich total cool. Da habe ich den Hut auch noch, also so einen Hut nochmal verwendet von dem Stickerbook und da so eine kleine zusätzliche Motte noch drauf geklebt. Ein paar Dye-Cuts. Fertig. Ja, ihr Lieben. So. Und erneut die Spitze von der Person, die auch diese Sachen hier zur Verfügung gestellt hat. Wenn du meine Umzugsjournals, äh, Umzugsjournals, mein Umzugjournal, Schrägstrich Baustellenjournal gesehen hast, wirst du sehen, gesehen haben, dass ich da ziemlich glücklich war, dass ich die Spitze hatte. Und auch für mein anderes Ideology Make habe ich sehr viel von der Spitze verwendet. Ich habe jetzt noch, was ich jetzt noch übrig habe, davon ist das hier. Das ist der Rest. Der Rest ist echt in den Projekten, die ich jetzt gerade hier auf dem Tisch liegen hatte. Wie gesagt, ihr seht das wesentlich später, als ich das hier aufgenommen habe. Aber ich war so froh, weil meine Kiste mit den Spitzen, die ist irgendwo und ja, kein Zugang dazu. Deswegen, ihr Lieben, ich bin jetzt ein bisschen sentimental, weil es geht jetzt in den Karton und geht zu Tim. Und dann, äh, ja, geht das Video auf YouTube auf. Und es ist immer so seltsam, weil wenn ihr das seht, dann sind schon wieder so viele andere Sachen passiert. Und ich muss ja mal aufpassen, was ich in so einem Video sage, ne, weil das ist für mich wie so eine, ja, wie so eine Zeitreise eigentlich. Denn, ja, ich weiß ja nicht, was ist im Oktober? Also, was ist jetzt für euch? Jetzt ist Oktober, ja, aber was ist in der Zwischenzeit passiert? Keine Ahnung. Ich hoffe trotzdem, dass ihr hier ein bisschen Inspiration gewinnen konntet. Und vielleicht mögt ihr euch auch sowas machen. Dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Und ich wünsche euch einen ganz kreativen und erfolgreichen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Sikowski. Und zum Abschied. Musik Musik